Ich werde im Zweifel B-Pitanic besetzen. Ich werde im Zweifel mir ne Necif für Dropper kaufen. Necif fliegt nach dem Plan. Necif und Dropper ist OP auf der Map. Necif ist generell OP. Hallo, die hat 150 Schuss. Wie kann das nicht OP sein? Also ich geh Dropper. Kann ich mir leider nicht callen. Kabel. Ich mach mal A lang. Es gibt B lang. Es gibt A lang. Es gibt A lang. Es gibt Mittel. Ne, hier unten ist Mittel halt, ne? A Mitte oder? A Mitte sozusagen, ja. Ja, Dropper und so kennt man ja. 2, 3, 4, 5 Mann Dropper. Achso, ich hab dich gerade angeschossen. Ja, die sind alle auf B. A safe. Ja, Dropper. Einer 30. Einer ist nach low. Bombe down. Überblick plateau. Ne auf dazwischen. Ach ne vor Topper, ja. Wow wow wow. Ich dachte es ist einer von uns. Einen hab ich. Nein. Müssen wir nachladen. Hinterlauf den Hexe. Warte. Warte. Warte, er rennt frontal. Komm. Oben lauf ihn. Der geht von vorne rein. Aaaaah. Verdammt. Links. Ja, ja. Wollte nur. Wollte nur hören. Chauber. Moin Cable. Was geht? Psst. Wir müssen uns benehmen jetzt. Warum müssen wir uns benehmen? Ahja. Lego war ja auch schon da. Wow. Kann ich ja nicht mehr sagen. Gänzer. Hahaha. Ist jetzt ne Bison oder nur MP7? Ach Bison. Let's go let's go. Alles fit Susanne. Klee. Alles fit. Die haben wahrscheinlich wieder B-Dropper rushen. Für mich ist ja sonst doch. Und. Jim hat's ganz. Mitte wahrscheinlich. Fontane. Du hast was genommen. Ah, langen Rush glaube ich. Ja, langen Rush. Zwei hab ich geholt. Bombe ist auch da. Oh, von hinten. Da war ich ein bisschen baff. Die haben jetzt ne UMP und ne MP7. Äh ne Bison. Letzter Salam. Alter was leckt der denn so? Der hat übelst geleckt oder? Ja, das ist der eine der bei denen rumleckt. Der 160er Ping hat. Wegen MP9 war da jetzt das Beste. Was ist ein ganzes Team? Ich kann das jetzt schon. Wollen wir? Jo, deswegen ist so viel los. Vorhin waren es, keine Ahnung. 370 glaube ich. Oder? Bin mir nicht sicher. Ich hab 400 Mann, ja. Jo. Okay. Ich kann bei 110 mal rein. Smoke. Throwing smoke. Throwing Grenade. Laying down smoke. Ein Follower-Sound ist abgekackt. Naja, also FB wahrscheinlich weniger. Äh, FB wahrscheinlich weniger. Joppa push, einer minus. 92! Loli! Ich hab die alle angehittet. Ja, ich hab 2 mit den 8 geholt, Jörg. Und ein 3 mit einem B7. Throwing Grenade. Hatt ich auch noch nicht so was. Irgendwo ist die 9er. Chopper wahrscheinlich. Ja, die waren zu viert. 3 hab ich. Chopper brennt. Ahhhh! Nur zu FAP. Ein Downspot. Nice. Meine Bombe. Ich würd grad sagen da. Guck mal was... Ach, der war doch einer! Whoops! Ich brauch die MVP's. So. So, jetzt werden sie aber auf jeden Fall. Soll ich mich wieder durch pushen? Nee, jetzt haben sie ja Waffen. Sollte es nicht aggressiv gehen. Okay, dann geh ich wieder B lang. Los geht's los. Und Mal Randale. Randale. Wuhhh. Hähä. Boah, Cable haut halt direkt alles auf den Kopf, Alter. Ja, der musste Mariner übertreiben. Mitte? Wow, Sniper Mitte. Portierer. Weitere Leute waren da. Ja, da ist jede Menge. Lang auf. Lang auf. Okay, lang. Und Mitte. Lang. Lang. Auf jeden Fall einer Onspot. Letzter Onspot. Am Haus. So circa, ja. Oh, der war mir unten. Problem ist, der weiß, wo ich bin. Ja, muss legen. Ah, okay, da ist die Bombe. Hast du gehört, ne? Der steht unter dem Balkon. Wer die Bombe kommt, genommen. Ja. Schauen. Easy. Die sich raushauen, ne? Oh, damit. Ah, Jörg, das... Danke. Du. Ich hab's ja angekündigt, ne? Wow. Das wär's. Necif muss sein. Necif und Dropper, das ist ein Must-Have. Must-Have. Throwing smoke. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Oh, die kommen hier nach. Oh, die kommen hier nach. Colliderweather. Professor, haut die Leute weg. Aufpassen. Wenn da ein Dropper ist, dann könnt ihr ne Necif haben. Also, Dropper hab ich drei geholt. Get on a two. Safety Necif, safety Necif, safety Necif. Wo ist sie? Haben sie. Geil. Ich hab ne Necif. Geil. Ja, brauchst du ne neue? Ich kann dir eine kaufen. Ja, ja. Just do it. Ja. Weil dann Tripp und Necif spielen irgendwann, oder was? Wie Necif. Necif. Also, wenn ihr nichts Lautes mehr hört, sind wir beide tot. Ja, wenn wir das wieder hören, sind die Gegner an den Necif gekommen. Mitte. Bin voll. Ah, fuck. Low. 66 hat er bekommen. Geh mal rüber. Jo, ich auch. Mitte stepped hoch. Ja, er wusste ruhig jetzt. Lang kommen auch welche. Lang ist schon ganz oben. Äh, Quatsch. Lang, Mitte. Eine nach Holz. Jo. Toi. Ich dachte halt, der muss ja, wenn der Holz ist, muss der jetzt rausfremden. Der zieht einfach durch. Das ist nice. Noch 124 Sekunden, stirbt mein Huhn. Das ist nice. Ich dachte, der muss ja, wenn der Holz ist, Oh, Mann. Nego hat abgestaubt. Habe ich abgestaubt. Der andere auch? Der auch. Was ist denn mit seinem Roulette? Hat er das eben abgestaubt eigentlich? Achso, das meinst du? Habe ich gar nicht mitbekommen, habe ich gewonnen. Nice. Mitte bitte. Bleib direkt da. Alle, alle bitte. Jo, bin wir da. Oh, Leute, ich bin hängengeblieben. Äh, ich hab noch nicht mitbekommen. Einer ist schon hoch. Mindestens. Danke. Einer ist transport. Lang, Holz. Er erklärt uns halt reiß. Was ist mit ihm? Ahnt oder nicht? Die geht halt eben. Oh, die griften zu uns. Keine Ahnung. Die doppelneggen sogar. Ich mein, wenn's mein Zeu-Scale bringt. Ich hab schon eine, noch eine brauche ich nicht. Ex ist halt am Manni-Gatten, da kann mani-Gatten. Yes. Braucht noch jemand den Negev? Er hat 11k, Mann ey. Der hat fast zwei legen, ne? Er hat eiskalt 11k. Er hat eiskalt 11k. Ja, ich hab irgendwie noch eine 2x gestorben. Oh, diesmal kommen sie hier, glaub ich mal. Ja, glaub ich auch. Ja. Einer ist... Ob er nicht sterben will. Dropper einer, auspassen. Professor, ist wieder dein Job. Danke, im Dropper liegt ne Negev. Alle nicht mitspielen. Und ne AK liegt unter dir. Einer ist hier auf A, Mitte noch ne. Ja ich glaub fast ist wieder A. Nö. Der ist oben in dem Dropper, steht einer. Was ist mit dem? Der in der Mitte war? Einer hier eine A. Hab mich gesehen. Beide A Oh fuck Drei Aber der Dropper ist auch einer Jo Ja die beiden geschossen Oh gut wie ist hier Safe einfach Ah ist vielleicht besser Eigentlich ist Geld oder? Ja aber du bist gegen drei Brauchst ja nicht auch ne Arbe schenken Kannst du auf Entry Flag auf Wrecks gehen wenn sie rausren Ich versuch mal anzusnacken Hau ich den Negev Oh da Scheiße Ach fix Die sind doch Voll am ziehen So ich hab Echo theoretisch Echt denn da Echse kann einigen Leute hier legen Also ich freu ich ne Waffe Und innen kann ich auch legen Danke Ja lass mal ein paar UMPs springen Der hat 11k der kann auch normale Waffen legen Echse legt noch ein und dann hat jeder Jawoll Geht alles klar Klau mal mein Spot Auf jeden Fall war es B Einer war auf lang oben noch Ja genau Bombetropper oben down Oh ne die ist runter gefallen Nice Äh 2 auf B lang Letzten beiden Lol der hat einen Scout gehabt B lang? Nicht B lang Achso Titanic Hier Ja Sorry Du bist mir aber quasi in meine Kanade gerannt Ich geh in deine AK Nee ich hab ne AWP Ich hab auch selber eine AK Was ist denn das schon wieder für ne komische Runde ey Ich glaub ihr habt nen Silberspieler dabei Was erwartet ihr? Ja aber das ist jetzt schon die ganze Zeit geht das so Ich glaub eine Runde hatten wir es spannend ne? Ja die erste Runde war einfach fucking spannend Aber gut da hab ich auch einfach noch gar nicht getroffen Wer war da bei mir? Bitte Bombetropper Geh mal rüber Ja die sind alle auf A lang 4 Leute A lang Zug unten Ich bin unten gestorben Oh verdammt Letzter meta minus 62 Es wird schon von der M4 auf die P90 und tötet einfach Ja Ich wollt mir erstmal die AK holen und wieder backsteppen aber Nachladen wäre nicht so gut geil Das läuft doch wie Sau Weil immer P90 kann aber nicht spielen Ja nämlich Ja Professionelle P90 Professionell Professionelle 90 Ja Mann hat ja drüben am still confirm Professionelle P90 Professionelle P90 Was hast du? Ich hab so ein Nametag meiner P90 still confirm mit so meinem eingeklammerten S Das 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 wird weh Äh Dropper hat mich der zweite Grenade out Wo ist er hin? Richtung B oder? Jaja Throwing fire Achtung Langes durch Titanic stehen sie zwei Jo die Pushings Jo die Pushings Mein Sourcekill ich bin glücklich Das sah einfach aus Professor Ähm Backwood one spot Bei dir Einer Dropper wahrscheinlich bei mir hier Vor allem Jörg das kann doch gar nicht sein der hat mich einfach null gecheckt Ja der hat einfach fünf Minuten gebraucht Weil ich mein du ziehst vor dem ganz entspannenden Zählen raus und kannst dich noch texern Ja Echse kannst du mir die M4 legen Inzwischen hab ich genauso viel Geld wie ihr Danke Moment mal Ja aber ich mag aber die M4 von dieser Die hab ich auch Ja Biffen ist halt BAM Ist halt die beste M4 Ja Mitte Da dann Oh Gott bin ich scheiße Oh Gott Hast du mit mir nicht gerechnet 30 Komm durch Ne kommen die nicht Nein Ja Der kann von hinten durch Limmel 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 Ich lauf nochmal rum Mach mal nen Touchdown hier nochmal Ich lauf nochmal rum Wann mich direkt Marius was ist denn mit dir los? Mitte Ah ich bin full Ah ich bin full Ah f*** die P90 50 Onspot wahrscheinlich schon A Wann ist weg Wann ist weg Wann ist weg Wann geht wahrscheinlich Richtung A Bomb has been planted Bomb has been planted Onspot 50 wahrscheinlich Wenn es der ist Onspot? Ja Wenn der nicht schon down ist Oh Gott Grenade out Ah Lang Eine lang Nett Danke Gerne Du bist du Schade Was dann? Nein Nein Einfach nicht Ich hab jetzt auch Pro 90 Let's get this done Let's get this done Let's get this done Let's get this done Deploying Flashbang Laying down Smoke Smoke Flashbang Hä? Ich kam da nicht hoch Vielleicht war das auch ganz gut Aber das Wollen wir down B? War man Dropper tot? War man Titanic tot? Wow Ey du hast mich vergessen mitzuzählen Bin ich nicht wichtig oder was? Das ist der Flank Ah letzter lang Mh mhm Ich mach diese abgobenen streamen Wow Er läuft wahrscheinlich wieder nach hinten Läuft wahrscheinlich wieder nach hinten Nehm auch du nicht Ja kannst du meine Arfe mitnehmen? Die liegt da Ja Danke für den Anschuss mit der Arfe man War nur ein bisschen close Uhhh danke Gerne Die liegt hinter dir Jop Professor bringe ich jetzt sofort immer wieder eine AWP Hast du gerade Exe in der Waffe gelegt obwohl er Ja ich dachte der ist AFK Deswegen Ne 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 Läuft alles Deploying Flashbang Einer war lang hier Hier schon mal wieder zu A Ja Mh Dann wird doch dessen das Exe komplett durchgelaufen ist ja Einfach die YOLO-Move Bombe ist A lang Ben Nein da war noch einer am Bedenkmal Zwei lang Zwei auf lang Zwei auf lang Nein Er ist minus 87 Einer könnte noch durchkommen von der Seite Autoforzer Einer hinter dir Daniel theoretisch Also Genau Beim Denkmal Da ist er Ja sauber Der ist schon 022 nur Und du it Er sieht dich Ja schade Wollte grad sagen Schade Wär halt auch zu schön gewesen Mit Hass 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 Einer steht vorne vor und einer Dropper. Zwei Dropper. Einer, keiner mehr. Letzter Dropper. Schön. Schön angeschossen die Leute. Sollen Mitte drei lang oder was? Auf A? Auf jeden Fall auf A. Wir haben die besten Waffen. Ihr kennt die Tote Gabeln nicht, oder? Ne, ich kenne nur Tote im Gerar. Alarm, Roden zur Drachengang wieder hoch, Dropper rein, dann wieder zurück auf A. Klappt einfach, Moff. Was war das für ne Smough? Oh, ist die am Licken! Ja, der eine Typ ist echt nicht normal. Oh, sorry! Oh! Minus 80. Letzter. Esser Jörg! Christoph. Super. Dem, dem, dem! Ein Sieg noch! Oh Mist, jetzt ist letzte Runde, ich kann mir keine Negev kaufen. Was ich an der A war, oder Jock? Na, schau. Bestes Wort zu spät, hättest du eher sagen müssen. Ja, egal. Machen wir jetzt nochmal A? Ja, ich kann diesmal unten durch, Mitte laufen. Können wir langsam A gehen? Ach ja. Langweilig. Flash. Gruppenfoto, oder was war das jetzt? Ich hab mich geopfert. Die tötet ihn nicht. Wow. Den legt so ab, nochmal. Nicht nur mal wie der eine Typ legt, ey. Ja. Ich hab grad einen Treffen nicht treffen können. Fairclin hier ist einer. Gewesen. oh lol der war in diesem kleinen raum da war jörg das war kein sieg das war eine vernichtung ach komm 6.2 ist doch keine vernichtung aber wir haben es eigentlich geschafft als platz 1 nur zweimal mvp zu werden ganz schlecht hier von den mann auf jeden fall im team